So, da bin ich wieder. Ja, schön. Ähm, dass wir gut vorankommen, finde ich echt gut. Ähm, jetzt müssen wir hier einmal gucken. Ich gucke jedes Mal nach. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht sinnlos, weil wir werden für den Hochrangigen nichts bekommen, ne? Ne. Natürlich nicht. Hier hätten wir noch was für den Raffalos, aber den Raffalos brauchen wir auch noch nicht. Also alles gut. Ähm, ich würde sagen, zur Abwechslung könnten wir ja mal den Juratodus nochmal jagen, oder? Wenn uns das hier wenig bringt. Ähm, vor allem. Ja, es bringt uns viel diesmal. Ähm. Was heißt viel? Aber 30 ist halt... Ich weiß gar nicht. 20 ist das Niederste. Das ist jetzt so die Mitte gewesen, ne? 40 ist das Höchste. Plus, was ich momentan bekommen kann. Vielleicht geht der noch höher. Das weiß ich nicht. Das werden wir noch gemeinsam herausfinden. Bitte nicht verraten. Aber wir haben ja noch so ein bisschen, äh, ein bisschen was vor uns. Äh, wir machen jetzt dann mit der Sache, die wir jetzt haben, dann den Tobi Kadachi, weil wir sind, glaube ich, ganz gut ausgestattet dafür. Jetzt machen wir den, den machen wir jetzt noch einmal auf jeden Fall. Danach machen wir, glaube ich, erstmal eine Runde Juratodus nochmal. Dann ist ein bisschen Abwechslung mehr mit drin. Ähm. Dann fangen wir irgendwann an mit dem, äh, Rest. Der ja auch noch kommt. Ja, ich will gerade sein, komm mal ruhig hier hoch. Hier kann man wie dieses vernünftig kämpfen, ja. Oh, was ist denn los hier, ey? Guck mal, da ist was kaputt gemacht, mein Lieber. Ja, moin. Ja, moin. Ja, ich bin dann mal unten. Ja, ich bin dann mal noch weiter unten. Jetzt muss ich wieder hochklettern, so ein Scheiß, ey. War der nicht hier? Hä? Wo ist denn, da ist der andere? Ja, lass mich mal weg hier. Ja. Oh, lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, Mann. Oh, wieviel Clown ich von dem jetzt hab, ne? Ja, ich wollte nur das Raffian-Material hier aufsammeln Ich wollte gerade sagen, kann nicht Einer von euch wenigstens weg Ah, jetzt wird die Station klüger gewesen, naja, ist egal Man kann nicht immer kluge Sachen machen Ähm, das ist doch ne Novi-Idee, das ist doch genau das andere Gebiet vom Raffian Du bist doch auch echt neulich mal ein bisschen dämlich, ne? Wenn du Glück hast, ist er gerade nicht da Oh, wieviel Clown? Oh, wieviel Clown? Oh, jetzt war ich schon extra woanders, ne? Machen wir kurz Pause Die Frage ist, bekomme ich Wo bekomme ich Pelz, wenn ich was Bestimmtes von dem breche? Boah, diese Attacke, ne? Oh, jetzt war ich schon wieder Okay. Jetzt läuft er wieder weg. Ja, ihr macht Party, das ist okay. Macht mal ruhig weiter Party. Ich verfolge so lange den Tobi Kaldachy, ja? Jetzt haben wir noch ein bisschen Forschungspunkte ein. Das ist aber auch eine Amowurst. Jetzt rennt er hier schon weg und dann kommt trotzdem wieder Darafian hier hin. Und dann kommt es weiter. Und dann kommt es wieder zurück. Das ist ja auch noch nicht. weiter ja, das läuft ja nach Plan so ungefähr, so mehr oder weniger so ungefähr mehr oder weniger auch eine gute Formulierung wie, ich habe gar nicht getroffen boah, ich hasse das, wenn die auffällt diese scheiß Vorsprünge, ey echt, das tut mir leid, aber ich finde, es gibt nichts schlimmeres oder nervigeres als diese Vorsprünge, die mir alles versauen weil ich ja irgendwie nicht schnell genug hochkomme oder echt, ich hasse dieses also mal, Jujan ich habe geschissen Jujan 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 Ja, ein bisschen was kann man ruhig erforschen also gerade wenn es der Anjana sind immer 10 Forschungspunkte, die ich bekomme für praktisch keine Arbeit ja, da sind jetzt die Jagra ja, da sind jetzt die Jagra ja, da sind jetzt die Jagra und versuchen und misten so weiter geht's auf der Jagd nach dem Tor wie Kadachi hier hier möchte ich jetzt nicht unbedingt gegen den kämpfen muss ich auch gestehen ich habe leider keine Falle dabei sonst können wir ihn vielleicht fangen ne vielleicht muss ich mal gucken, wie ich mir eine Falle bastel ich hätte erst einmal bis du dich schlafen gelegt hast aber wenn du nicht willst dann 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 So, jetzt fehlt ja nicht mehr viel, also eigentlich könnten wir, wenn ich Glück habe, was ich wahrscheinlich nicht habe, das ist der letzte sein. Aber ich glaube, ich habe nicht Glück. Doch, ich habe Glück. Ja, wunderbar! Zwei von vier. Ja, dann wird das jetzt was anderes sein, ne? Genau. So, das heißt, wir fehlen dann noch zweimal das Ganze. Und jetzt sind in den Belohnungen, ist einer drin, das heißt, wir müssen sie noch einmal besiegen. Ah, okay. Das sind die Bedeutung von den roten Augen auf der Karte, okay. Weiß Bescheid. Zwei Mal Pelz. Dreimal Pelz sogar. Die Tobi-Kardachi-Jagd hat ein Ende. Zumindest fürs Erste. Das ist gut möglich, ja. Aber wir, nein, ich wollte es nicht so weit, ist egal, da bin ich jetzt bei der Brücke, die ist nicht weit. Wege sind nicht so weit, dass man das nicht machen könnte, rein theoretisch. Oh, es ist jetzt so was hier. So. Hauptsache oben. Vielen Dank.